so ich glaube ihr habt meine ansage jetzt oft genug gehört ich stelle mich auf jeden fall erst mal vor ich bin der sehen auf youtube jetzt um die 200 abonnenten dafür möchte ich mich noch mal bei euch bedanken das ist mein kanal trailer und bei mir kommt im größten teil minecraft pvp es kommt natürlich auch nebenprojekte und kleine talkrunden für den sieg oder sowas und ja jetzt sind noch ein paar einschnitte und viel spaß ja So, ich hoffe, euch hat mein Kanal-Trailer gefallen. Es war echt ganz schön Schneiderarbeit, aber ich habe mir echt Mühe dafür gegeben. Schaut dann mal bitte unten bei meinen YouTube-Kollegen sozusagen vorbei. Die sind dann auch unter YouTube-Kollegen gekennzeichnet, weil das sind echt meine besten Freunde, die mir in der YouTube-Zeit echt geholfen haben. Und ja, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ich dann Kritik wie immer. Und ciao!